Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem kleinen Infovideo von mir. Ich würde sehr empfehlen es anzuschauen, weil es ein paar wichtige Informationen enthält. Zum ersten mal eine schlechte Nachricht. Ähm, naja, also ich werde bis zum nächsten Sonntag keine Videos hochladen können, weil ich aus privaten Gründen keine Zeit habe. Das tut mir leid und ich bitte dies zu entschuldigen, also seid mir bitte nicht böse, ja? Gut, ähm, das zweite ist eine gute Nachricht. Ich werde mir demnächst mit einem Kumpel einen Nitrado-Server machen. Und wir werden da zusammen Let's Play Together und Let's Survive Your Minecraft machen. Also zusammen einen Überlebensmodus anfangen. Ja, das war's dann soweit. Das Infovideo war recht kurz, aber das sollten Infovideos ja auch sein. Gut, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem meiner Videos. Und ich sag dann mal Tschüss, bis dann, euer Superlink AP. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.